Fahrsport ist eine Form des Pferdesports und bezeichnet im weitesten Sinne das Fahren mit Kutschen und Wagen. Auf Fahrturnieren wird im Allgemeinen ein, zwei oder vier Spennig gefahren. Die meisten Turniere bestehen aus Prüfungen in den Disziplinen Dressur, Geländefahren und Hindernisfahren. Diese können einzeln gewertet werden, es gibt jedoch auch Prüfungen, bei denen der Gesamtsieger das Gespann mit den besten Resultaten aller drei Teilprüfungen ist. Pionier des Fahrsports war Benno von Achenbach. Noch heute ist bei allen deutschen Turnieren unter dem Dachverband der FN das Achenbach-Fahrsystem üblich. Andere anerkannte Fahrsysteme wie etwa ungarische Anspannung werden toleriert. Das Nichtfahren nach Achenbach führt gemäß LPO zu einem geringen Punktabzug. Dressur fahren Hier wird auf einem Fahrviereck eine vorgeschriebene Dressuraufgabe absolviert. Die Dressuraufgabe besteht wie beim Reiten vorwiegend aus bestimmten Hufschlagfiguren, die in den vorgegebenen Gangarten und im verlangten Gangmaß zu absolvieren sind. Bei der Beurteilung durch die Richter wird außerdem auch Wert auf stillechte Kleidung, Kutschen traditioneller Bauweise und Ausrüstung sowie dazu passende Pferde gelegt. Die Dressur wird mit Wertnoten zwischen 0 und 10 mit zehntel Werten bewertet. Viele Veranstalter verlangen das Erreichen einer Wertnote von mindestens 5,0 um die folgende Gelände- oder Hindernisprüfung fahren zu dürfen. Hindernisfahren Das Hindernisfahren nennt sich inoffiziell Kegelfahren. Auf einem Parcours sind je nach Schwierigkeitsgrad der Prüfung bis zu 20 Kegelpaare aufgestellt, deren Abstand etwa 20 bis 50 cm weiter ist als die Wagenspur. Die Kegelpaare sind innerhalb einer festgelegten Strecke möglichst schnell zu durchfahren, ohne einen Kegel umzuwerfen oder einen Ball, der auf den Kegeln liegt, abzuwerfen. Die Kegeltore sind mit einer roten Zahl auf der rechten Seite und einer weißen Zahl auf der linken Seite durchnummeriert. Wer ein Tor auslässt oder von der falschen Seite fährt, ist disqualifiziert. Zur Bewertung gibt es mehrere verschiedene Richtverfahren. So Z. B. Das Richtverfahren nach Strafpunkten und Zeit. Es wird also erst nach Fehlern und erst danach nach Zeit gewertet. Es siegt das Gespann mit den wenigsten Strafpunkten und bei Gleichstand das mit der schnellsten Zeit. Für jedes abgeworfene Teil werden hier drei Strafpunkte berechnet. Geländefahren Inoffiziell auch Marathon genannt. Hier müssen natürliche und künstliche Gelände Hindernisse, wie z. B. Brücken, kleine Bachläufe oder enge und kurvenreiche Wege überwunden werden. Gefahren wird eine in drei bis fünf Teilstrecken getrennte Strecke, meist etwa 15 bis 18 Kilometer. In den Teilstrecken sind bestimmte Gangarten und Zeiten einzuhalten. Der letzte Streckenabschnitt hat zwischen fünf und acht Hindernisse, die möglichst schnell zu durchfahren sind. Häufig sind auch Gelände Hindernisse wie etwa Wasserdurchfahrten zu meistern. Im Hindernispark Urs darf galoppiert werden. Gefahren wird in Sportkleidung und meist mit Marathonwagen. Der Beifahrer stabilisiert in schnellen Kurven die Kutsche durch Gewichtsverlagerung und sagt dem Fahrer häufig laute Rufen die Linienführung, bzw. den Weg durch die Hindernisse an. Traditionsgespannfahren Auch bekannt als Traditionsfahren. Bei diesem geselligen Fahrsport werden historische Gespanne und entsprechend hergerichtete Tiere, Fachleuten und Publikum präsentiert. Es folgt ein Hindernis Parkhauers mit verschiedensten Aufgaben und Krönung ist eine Spazierfahrt vom Gutshof aus durch Wald und Feld. Ziel ist es, die historischen Wagen zu erhalten, ihnen neues Leben einzuhauchen, die Jugend zu fördern, um mit nachfolgenden Generationen die Tradition des historischen Fahrens zu pflegen. Ski-Jöring, Ski-Höring und Off-Road-Jöring Als Einstieg in den Fahrsport dient häufig das im Freizeitbereich beliebte Ski-Jöring oder Schlitte-Jöring, bei dem ein Reiter das Pferd lenkt und eine Skifahrer oder Schlittenfahrer sich ähnlich wie ein Wasserskifahrer an einem Zugseil festhält. Beim Ski-Jöring lenkt der Ski-Jöring das Pferd selber, beim Ski-Jöring wird er von einem geritten Pferd gezogen. Verwandte Themen Die Leinen dienen der Steuerung der Pferde, entsprechend den Zügeln beim Reiten. Am Geschirr werden die Zugpferde eingespannt. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung ist der Deutsche Dachverband der meisten Pferdesportarten, so auch des Fahrsports. Die FAI ist der Internationale Dachverband hierzu. Die Weltmeisterschaften werden im Fahrsport nach ein, zwei und vier Spändern getrennt, alle zwei Jahre ausgetragen. Die Weltmeisterschaften der Vierspänner finden dabei alle vier Jahre im Rahmen der Weltreiterspiele statt. Neben den vorgenannten Championaten stellt der Weltcup den wichtigsten Wettbewerb für Vierspännerfahrer dar.